Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In diesem Video geht es um eine Ansage, und zwar um die Ansage, wie es mit dem Kanal weitergeht. Wie ihr ja gesehen habt, hat es bis auf ein paar Short-Videos schon seit längerer Zeit keinen neuen Content mehr gegeben. Früher habe ich auf dem Kanal ja Sport, Ernährung, Mental, Vertrieb und Interviews hochgeladen. Und für die Zukunft, zumindest mal erst für die nahe Zukunft, ist es geplant, dass es erstmal mit dem Thema Sport, Ernährung und, sagen wir mal, der Headline Gesundheit weitergeht. Und da, klar, sportlich und gesundheitlich erstmal grundsätzlich für alle Menschen, aber der Schwerpunkt wird liegen bei den Männern. Und da auch so Männer ab 30, ab 40, ab 50, ab 60, sowohl Fitnessstudio, Sport, sowohl wie Heimtraining, wie Calisthenics draußen trainieren, Bodyweight, Eigenkörperübungen, auch Ernährungssachen. Und das wollte ich einmal so mitteilen. Ich mache jetzt seit etwas über drei Monaten selber, traine ich draußen im Gerätepark, die letzten vier Jahre im Homegym und davor lange Zeit im Fitnessstudio. Da möchte ich halt weiter mit reingehen, möchte euch mitnehmen. Und wenn ihr was Spezielles wissen wollt, zum Thema Sport, Ernährung, vor allen Dingen Männer ab 40, 50, 60, schreibt es mir bitte unten unter das Video in die Kommentare. Dann sehe ich genau, welche Themen euch offen im Herzen liegen und kann ganz gezielt zu euren Fragen und Wünschen neuen Content produzieren. Ansonsten Daumen nach oben, folgen, subscriben, empfehlen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich bin raus. Tschüss.